Wir befinden uns hier im wunderschönen Areal des Bergfriedes, zu einem Termin, auf dem wir lange hingearbeitet und auch hingefiebert haben, nämlich dem Beginn der Baumaßnahmen, dem Beginn der Außensanierung der Villa. Wir haben uns ja beworben, mehrfach für die nationalen Projekte Städtebausen dann aufgenommen worden. Und der Bund stellt uns hier insgesamt fast zwei Millionen Euro zur Verfügung. Die Stadt Saalfeld leistet einen Eigenanteil von einer Million. Damit wollen wir die Fenster sanieren, den Putz neu gestalten, wollen das Gebäude trockenlegen und in besonderem Schmuckhof die Platten neu verlegen. Wir beginnen im Juli 2023 und hoffen, dass wir vor Ende des zweiten Halbjahres 2025 dann die Villa wieder in Betrieb nehmen können. Die nationalen Projekte Städtebau sind ein Förderprogramm für eine Nutzung. Und deswegen ist das Nutzungskonzept integraler Bestandteil, da mal aufzuschreiben, was mit dieser Villa passieren soll. Die Stadt Saalfeld hat ja irgendwann vom Freistaat Thüringen dieses wunderschöne Areal erwerben können. Und der Stadtrat war sich nach auch längerer Diskussion darüber im Klaren, dass wir die Villa und auch den Park für die Öffentlichkeit erhalten wollen. Es wird ja hier sehr, sehr gut angenommen. Es finden hier jedes Wochenende Veranstaltungen, Feierlichkeiten und Sonstiges statt. Und das oberste Ziel ist es, diese Nutzung weiter zu ermöglichen. Das heißt also, wir wollen den Saalfelderinnen und Saalfeldern dieses wunderschöne Areal weiter zur Verfügung stellen. Auch mit den Zwecken, die es bisher schon hatte. Darüber hinaus wollen wir die Nutzung dann auch intensivieren. Das heißt, es sollen noch mehr Veranstaltungen stattfinden. Wir denken an Kur- und Kammerkonzerte, wir denken an Lesungen, aber auch an wissenschaftliche Veranstaltungen. Und möchten auch gerne den musealen Teil noch ein bisschen ausbauen. Im Obergeschoss hat ja der Verein mit sehr viel Herzblut Erinnerungsstücke zusammengetragen, Originalstücke aus der Zeit von Hüter, auch Originalstücke hier aus der Villa, die ausgestellt werden. Und das soll noch ein bisschen auf ein neueres und höheres Niveau gehoben werden, sodass die Saalfelderinnen, aber auch die Gäste sich mal anschauen können, wie das zurzeit Hüters hier war. Das Areal ist ja gebaut worden für eine Familie mit vier Kindern. Zu DDR-Zeiten war das ja dann Diabetikersanatorium. Da waren 70 Patienten hier untergebracht. Und diese Geschichte wollen wir dann auch noch ein Stück weit aufarbeiten. Also nicht nur die Hüterzeit, sondern auch die Zeit, die danach kam, was in dieser Villa über die vielen Jahre und über das Jahrhundert dann passiert ist. Und jetzt ist es so, dass wir das erste Mal einen, ja ich sag das jetzt mal auf Deutsch richtig großen Batzen Geld zur Verfügung haben. Und ich hoffe ganz persönlich, dass das der Startschuss ist für weitere Investitionen. Also dass wir dort auch weitere Fördermittel akquirieren können, dann für verschiedene andere Maßnahmen. Beispielsweise im Keller ist sehr, sehr viel zu tun, um das auch nochmal in den Urzustand zurückzuversetzen. Und das ist ja meistens so, wenn es einmal losgegangen ist, dann gibt es doch die Möglichkeit, dass man aus der einen oder anderen Schatulle noch ein bisschen Geld bekommt. Und das ist unsere Hoffnung.